Hey Leute, was geht, willkommen zu einem neuen Video und zwar geht es heute um den Erfolg Purge, Our Hero, All-Knowing, Undetectable und den Erfolg Fully Focused. Das sind alles Erfolge, die quasi auf bestimmte Opfer bezogen sind. Wir fangen an mit dem Erfolg Purge, der gehört nämlich zu Anna und zwar müssen wir quasi viermal mit ihrer Fähigkeit Gift kontern. Sie ist der einzige Killer, der quasi Gift erzeugen kann in Form von einer Giftwolke oder sie kann auch Sachen vergiften. Ich rate auch definitiv hier eure Fähigkeit so zu leveln, dass ihr halt eben den Cooldown relativ gering habt. Also im Endeffekt die ganze linke Seile bis einmal nach oben. Ihr könnt natürlich nur die Fähigkeit leveln, wenn ihr auch mit dem Charakter schon ein bisschen gespielt habt. Und ihr müsst natürlich gucken, dass immer auch eine Sissy im Gegner-Theme dabei ist, denn ohne Sissy funktioniert das Ganze nicht. Und alles, was wir jetzt machen müssen ist, wenn wir Sissy sehen, beziehungsweise ihre Giftwolke, dann laufen wir da einfach einmal durch. Dann ist unsere Sicht so ein bisschen verschwommen und dann zünden wir einfach unsere Fähigkeiten. Das Ganze müssen wir jetzt viermal machen. Es gibt ein paar Leute, die berichten darüber, dass sie so den Erfolg nicht bekommen. Da wir dann halt eben behaupten, dass das Ganze nur angerechnet wird, wenn man halt eben einen vergifteten Gegenstand aufnimmt. Wie ihr hier sehen könnt, Sissy kann nämlich auch Gegenstände vergiften, die ja rauchen dann auch so ein bisschen. Das kann sie machen bei Heiltränke, bei Ventile, bei Sicherungen, aber auch bei Fallen. Da müsst ihr halt einfach so ein bisschen drauf Acht geben, wenn ihr Anna spielt, ob so ein Gegenstand so ein bisschen anfangen zu rauchen. Dann interagiert ihr einmal mit ihm, dann habt ihr wieder so eine verschwommene Sicht. Und dann zündet ihr halt eben einfach einmal eure Fähigkeit. Hier seht ihr jetzt als Beispiel, da war eine Falle vergiftet. Man kennt es kaum, dass sie vergiftet ist, aber spätestens, wie gesagt, wenn die Sicht so ein bisschen komisch ist, einfach einmal eure Fähigkeit zünden. Und das Ganze müsst ihr halt eben viermal machen, bis ihr den Erfolg bekommt. Dann machen wir jetzt weiter gleich mit Leland. Seine Fähigkeit besteht jetzt quasi darin, dass wir Familienmitglieder anrempeln können, sodass sie kurzzeitig gestunt sind. Das Ganze müssen wir zehnmal machen. Auch hier rate ich auf jeden Fall wieder die linke Seite zu leveln. Einfach, dass der Cooldown ein bisschen geringer ist, sodass wir halt eben öfters unsere Fähigkeit einsetzen können. In der Fähigkeitsbeschreibung selber steht drin, dass Leatherface von diesem Effekt nicht betroffen ist. Ich glaube, das bezieht sich nur auf den Effekt, dass er nicht umgeschmissen wird. Denn auch bei Leatherface haben wir die Möglichkeit, ihn quasi einmal anzurempeln. Und wie gesagt, das Einzige, was halt eben nicht passiert, ist, dass er hinfliegt. Aber er ist trotzdem gestunt. Von daher, das Ganze funktioniert definitiv auch bei Leatherface. Ich habe es persönlich so gemacht, dass ich relativ aggressiv am Anfang immer gespielt habe. Dann bin ich einmal zu Leatherface hin, habe versucht, ihn so schnell, wie es geht, einmal anzurempeln, bevor er überhaupt seine Kettensäge anhat. Und ja, das Ganze müsst ihr halt eben, wie gesagt, zehnmal machen. Hier seht ihr das Ganze jetzt gleich nochmal beim Anhalter. Ihr müsst da wirklich nur schauen, dass ihr halt relativ nah bei dem Gegner seid. Dann seht ihr auch immer die jeweilige Taste, die ihr drücken müsst, bei dem Gegner direkt, um eure Fähigkeit zu aktivieren. Die kleineren Gegner, wie gesagt, die schubst ihr dann quasi auch einmal um. Und ihr stunnt die natürlich. Und ja, dann machen wir weiter mit dem Charakter Sonny. Da läuft das Ganze jetzt so ab. Seine Fähigkeit sorgt dafür, dass wir in einem gewissen Radius Teammates und aber auch Gegner einmal aufdecken können. Ich rate auch hier wieder, die linke Seite zu scalen. Das Ganze auf der linken Seite läuft es aber so ab, dass wir natürlich nicht den Cooldown verringern, sondern wir erweitern quasi diesen Radius, wo wir halt einfach Gegner und dergleichen aufdecken können. Falls ihr schon Level 3 seid, kauft euch auf jeden Fall den Perk oben in der Mitte. Einfach aus dem Grund, weil wir dann halt einfach unterscheiden können, wer Teammate ist und wer Gegner. Denn wir müssen ja für den Erfolg uns alle drei Gegner quasi gleichzeitig einmal anzeigen lassen. Ihr könnt auch noch den Perk Radarwarner mitnehmen. Das sorgt immer dafür, wenn Großvater so nah aktiv ist, dass ihr halt zumindest, je nachdem wie hoch ihr denn schon gelevelt habt, ein paar Mal euch die Familienmitglieder anzeigen lassen könnt. Das sorgt halt einfach dafür, dass ihr so ein bisschen besser uptime könnt, ob ihr jetzt eure Fähigkeit aktivieren sollt oder nicht. Hier als Beispiel habe ich meine Fähigkeit aktiviert. Man sieht jetzt schon, ich glaube, fünf Kreise insgesamt. Das sind dann, glaube ich, zwei Teammates. Der Opa wird auch mit angezeigt. Das dürft ihr auch nicht verwechseln. Dann müsst ihr aber meines Wissens nach nicht gleichzeitig mit den anderen drei Familienmitgliedern euch anzeigen lassen. Ich habe das Ganze jetzt überwiegend so gemacht. So hat es zumindest für mich persönlich am besten geklappt, dass ich erstmal so ein bisschen passiv gespielt habe. Und zwar so lange, bis ich der letzte Überliebende war. Und sobald dann kein Team-Mit mehr mehr da ist, macht ihr das Ganze so. Ihr sucht euch vielleicht vorher auch schon einen Safe-Spot, wo ihr sagt, okay, hier könnt ihr vielleicht ein bisschen länger überleben. Und dann spielt ihr relativ aggressiv im Sinne von, wenn Opa so nah an ist zum Beispiel, fangt ihr an zu rennen, ihr lauft durch Knochen und sowas. Lockt also im Endeffekt alle Gegner an. Sobald dann alle Gegner bei euch in der Nähe sind, aktiviert ihr einmal eure Fähigkeiten, dann solltet ihr den Erfolg bekommen. Dann machen wir jetzt weiter mit Juli. Julis Erfolg ist relativ einfach, würde ich sagen. Allerdings an eine Bedingung geknüpft, denn der Erfolg ist ein bisschen grindy. Ihr müsst nämlich dafür sorgen, dass Juli ihre Fähigkeit auf Level 3 ist. Dann skillen wir wieder die linke Seite, damit er coolt und natürlich wieder ein bisschen kürzer ist. Und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen im Endeffekt fünfmal die Fähigkeit aktivieren. Wie gesagt, die einzige Bedingung ist im Endeffekt, dass wir Juli so lange gespielt haben, bis halt ihre Fähigkeit auf Level 3 ist. Und jetzt müsste er letztendlich nur noch fünfmal ihre Fähigkeit aktivieren. Das ist egal wann, wie. Man guckt einfach, dass er die aktiviert. Ich werde jetzt hier auch nichts groß zu zeigen, weil wie gesagt, das sollte klar sein. Dann machen wir weiter mit Conny. Ist auch ein sehr, sehr einfacher Erfolg, finde ich persönlich. Auch wieder hier die linke Seite leveln, das verkürzt so ein bisschen den Cooldown. Und zwar müssen wir mit ihrer Fähigkeit jetzt zehnmal Türen öffnen. Das Ganze könnt ihr euch so vorstellen. Ihr sucht euch jetzt immer direkt einen Dietrich. Sobald ihr dann den Dietrich habt, sucht ihr euch eine Tür. Dann geht ihr zur Tür und dann habt ihr gleich die Möglichkeit, eure Fähigkeit an der Tür zu aktivieren. Sobald dann eure Fähigkeit aktiv ist, müsst ihr jetzt nur noch den Dietrich so positionieren, dass er grün leuchtet. Dann müsst ihr einfach in meinem Fall jetzt zum Beispiel, ja, dreimal schnell hintereinander E drücken und dann öffnet sich die Tür. Und ja, das Ganze müsst ihr, wie gesagt, zehnmal machen. Keine dieser Erfolge muss man auch innerhalb eines Spiels machen, außer natürlich den Erfolg von Sony. Da geht es natürlich nicht anders. Und ja, das soll es im Großen und Ganzen mit dem Video gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich würde sagen, man hört sich. Ciao, ciao. Ciao, ciao.